Was erreicht man in den EFC? 24 ohne FC-Points. Ich glaube, es ist Tag 6. Ich glaube es. Willkommen zurück zu der weiteren Folge. Das, was im Titel steht, wird stimmen. Aber ich glaube, es ist mittlerweile die sechste Folge. Und ihr seht, ich bin gerade im Moments-Modus am Start gewesen. Hab hier auch 29 Moments-Sterne. Und man muss sagen, mit den ganzen Sternen können wir auf jeden Fall in nächster Zeit noch ein bisschen was machen. Heute steht aber auch generell sehr viel an. Wir werden unter anderem ein weiteres 10x83-Plus-Pack ziehen. Wir werden die Weekend-League-Quali heute zocken. Oh mein Gott, Freunde. Schreibt mir in die Kommentare, seid ihr auch schon qualifiziert oder braucht ihr noch Punkte? Wie sieht es bei euch aus? Würde mich sehr interessieren. Denn ja, für mich geht es da heute rein. Und ich muss zugeben, ich habe richtig Bock drauf. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, dass ich da übel Bock drauf habe. Aber ich habe übel Bock drauf. Und ja, ich würde sagen, zum Start des Videos. Ich habe gehört, diese Player-Picks sollen OP sein. Ob die jetzt wirklich so OP sind? Ja, das finden wir jetzt raus. Und zwar öffnen wir davon ein. Ähm, da ist das Ding. Ich glaube sogar tradable. Wir gehen rein. Pick Nummer 1. Boah, wie heftig OP ist der denn gewesen? Ja, das war schon mal nichts. Ich habe da teilweise Leute Messi und so ziehen sehen. Komm, 17 Sterne haben wir noch übrig. Wir gönnen uns noch den zweiten. Einen weiteren werden wir dann vielleicht in der nächsten Folge nochmal mitnehmen. Wir gehen rein. Pick Nummer 2. Ey, warte mal kurz. Darwin Nunez, der ist ein bisschen was wert, ne? Junge, Grüße gehen da an der Stelle doch raus an mich selber aus der letzten Folge, als ich Quadiol in meinem Vorschaupack hatte und ich gesagt habe, der kostet nix. Digga, der hat einfach 20k gekostet. Auch Nunez, den wir jetzt gezogen haben, kostet 15.000 Münzen. Also hat sich das Ding direkt gelohnt. Das ist richtig, richtig nice. Ohne Spaß, Mann. Das sind gute Coins, die wir hier auf ganz entspannt mitnehmen können. Mittlerweile sind wir dann auch wieder Richtung 60.000 Münzen. Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Und damit kann man arbeiten. Freunde, wenn euch die RTG bis hierhin weiterhin gefällt, würde ich mich über euren Support freuen. Lasst auch heute wieder ein Like da, wenn es euch weiterhin gefällt. Ich habe unnormal Bock auf die Weekend League, die jetzt am Wochenende stattfinden wird. Äh, Hermoso, joa. Der kann da erstmal eine Weile bleiben. Ansonsten bin ich hier relativ up to date. Bei den Zielen sollten wir, ja, 10x83 Plus Pack jetzt am Start haben. Und wisst ihr noch, was ich in meinem ersten 10x83 Plus Pack hatte? Richtig, ich hatte eine 84er Karte da drin. Das war crazy, wirklich. Wo war denn das? Wann ist denn, wann haben wir das dann gezogen? Hier, ne? Ähm, Level 10. Mittlerweile sind wir Level 19 und sollten auch relativ schnell weiter vorankommen. Und, äh, ja. Das sieht gut aus. Hier haben wir noch den Rainer. Den muss ich noch fertig spielen. Fünf Spiele fehlen da noch. Das werde ich die nächsten Tage erledigen. Bei den Wochenzielen haben wir heute auch alles erledigt. Wenn wir ein Spiel machen, weil dann haben wir die Tagesziele fertig. Und bei den zwei Wochenzielen, ja, da fehlen uns noch neun Partien. Und auch das werden wir heute fertig machen über die Weekend League Quali. Da müssen wir nämlich versuchen, so viele Siege wie möglich zu holen. Und, äh, dann schauen wir mal, was das wird, Freunde. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Stadion Beherrschung. Ey, ohne Spaß. Ich werde das, glaube ich, nie abholen. Das ist mir egal. Vielleicht mal demnächst in der Web App oder so. Aber das kann da hier erstmal bleiben. Okay, hier haben wir noch zwei Gold Packs. Gut, das lohnt sich jetzt fürs erste auch noch nicht. Kann auch hier erstmal drin bleiben. Ja, okay. Damit sieht es ganz okay aus. Dann würde ich sagen, wird es jetzt Zeit fürs 10x83 Plus Pack. Wir holen das Ding ab. Es kann nur besser werden als das letzte. Also da hatten wir eine 84er Karte als Bestes. Es war wirklich krass. Also bitte, das muss jetzt besser werden. Wir gehen rein. Komm schon, Junge. Zwei seltene Gold Profis Pack und ein 10x83 Plus Pack. Das war schon mal kein Walkout. Hakimi? Ja, nee. Wäre auch zu schön gewesen. Hakimi ist ein Banger. Masraui, den haben wir schon. Ja, die werde ich wahrscheinlich beide untrade haben. Weil, ja. Wenn ich tradable Sachen ziehe, verkaufe ich das natürlich auch immer direkt. Und damit geht es rein ins 10x83 Plus. Ich habe echt gerade kurz überlegt, ob ich mal wieder so ein Reveal machen soll. Ihr wisst Bescheid, aus meiner FIFA 23 RTG, da haben wir das sehr oft gemacht. Aber sollte da ein Double Walkout drin sein, wollen wir das alle natürlich auch sehen. Und da wird jetzt natürlich ein Double Walkout drin sein in 3, 2, 1. Es ist ein Walkout zumindest. Äh, Sayo Mané. Ist es ein Double? Es ist? Es ist? Es ist ein Double. Okay, es ist ein Double Walkout. Bitte. Mbappé. Einfach Mbappé. Komm schon, wer ist es? Oh nein. Nicht schon wieder. Dieser Kobel. Ich habe den jetzt zum vierten Mal gezogen auf dem RTG-Account. Dieser Kobel verfolgt mich wirklich bis sonst wohin. Was soll ich mit dir machen, Minion? Was soll ich mit dir machen? Wirklich. Es gibt gerade auch keine SPCs. Ich muss natürlich noch auf 19 Uhr warten. Vielleicht kommt da wieder irgendwas bei rum. Und das ist das Pack. Okay, wir haben noch Flo Wirtz am Start. Sayo Mané. Wie viel würde der kosten? Der kostet gar nix. Würde theoretisch zu unserem Ronaldo passen, aber er kostet gar nix. Dann würde ich sagen, packe ich die Karten erstmal in den Verein. Die lassen wir jetzt hier fürs Erste liegen. Ansonsten haben wir jetzt nämlich eh erstmal alles erledigt, was man erledigen kann. Ansonsten, Squad Builds muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen zocken. Das will ich für Sonntag wieder machen, damit wir da wieder Rewards haben. Division Rivals bin ich mittlerweile in Liga 6 angekommen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, in welcher Liga ihr seid. Ich könnte das natürlich auch noch weiter grinden, safe. Aber ich will da auch gar nicht in so einer krassen Liga sein. Weil, ja, immer dran denken, die Freundschaftsspiele sind angepasst an Division Rivals. Und wenn ihr irgendwelche Objectives bei den Freundschaftsspielen macht, dann werden da die Gegner aus eurer Division Rival Liga am Start sein. Und dann ist das halt viel, viel schwerer. Man bestraft sich quasi nur selber, wenn man in einer hohen Division ist. Und der EA bestraft uns jeden Tag aufs Neue mit diesen Servern. Das ist crazy. Hier sehen wir es. Ich bin mittlerweile Liga 6. Die sieben Siege sind diese Woche auch wieder gesammelt. Dafür bekommen wir einigermaßen stabile Packs. Ich glaube, Liga 5 sieht aber auch gar nicht mal so viel besser aus. Finde ich sogar schlechter. Weiß ich nicht. Ich glaube, es lohnt sich erst ab Liga 4. Ja, 55 und 45 K-Pack. Das wäre natürlich stark. Aber fürs Erste passt es auf jeden Fall. Ich habe so viel gegrindet, dass wir jetzt genug Punkte haben für die erste Weekend League-Quali. Und Freunde, es ist soweit. Wir gehen rein und lassen uns überraschen, was da auf uns zukommt. Wir wechseln noch kurz das Team. Und zwar zu dem Team mit Cristiano Ronaldo. Da ist das Ding. Sieht knackig aus. Sieht super aus. Dieser Jota ist auch crazy nice, muss ich sagen. Dieser Trickster-Playstyle. Er ist so OP, Alter. Ohne Spaß. Man kann die Gegner komplett hops nehmen. Ronaldo gefällt mir bis jetzt auch übel gut. Ohne Spaß. Don't disrespect the goat. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins erste Weekend League-Quali-Spiel. Ab dafür. Und was ich auf jeden Fall machen muss, dieses Trikot. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Deswegen aktivieren wir jetzt das klassische Argentinien-Trikot, was wir auch letztes Jahr hatten. Aber ich lasse mich auch überreden von euch zu einem anderen Trikot. Könnt ihr mir auch gerne Kommentare schreiben. Wirklich. Was müsst ihr jetzt mir mittlerweile eigentlich alles in die Kommentare schreiben? In welcher Division ihr seid? Wie viele Rivals-Punkte ihr habt? Was für ein Trikot ich nehmen soll? Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich freue mich. Und dann gehen wir jetzt hier rein. Mindestziel ist... Hm. Gute Frage. Sechs Siege? Sagen wir mal sechs Siege. Dafür bekommt man nämlich ein bisschen bessere Rewards. Also, dass ich mich qualifizieren werde. Digga, das will ich jetzt mal nicht anzweifeln. Weil das wäre hart, wenn ich es nicht schaffe. Weil mittlerweile bin ich auch ganz okay im Gameplay, muss ich sagen. Wir wollen mal nicht vorher hier übertreiben. Wir lassen uns überraschen, Jungs. Das Ding ist ja auch, wir bekommen echt nochmal gute Packs und so durch die Quali. Und das erste Team sieht halt wirklich direkt heftig aus. Ansu Fati nur auf einer 79 ist bodenlos. Aber sonst, krass. Ich gehe jetzt hier wirklich vom Schlimmsten in diesem Modus aus. Hier sind nur Öler drin. Oh, schöne Kiste. Chiesa mit dem 1 zu 0. Dass die Dinger nicht gepatcht wurden. Finde ich crazy. Die waren in FIFA 23 schon sowas von OP. Und die sind in EAFC 24 meiner Meinung nach sogar noch besser. Es ist krass. Oh, Leo macht das super. Kleines, aber feines Dribbling. Und das ist das. 2 zu 0. Oh, dass der immer sofort den Gritty rausballert, ist unangenehm. Weil man provoziert auch immer irgendwie so die Gegner damit. Aber das ist einfach sein Standardjubel. Und ich drücke halt oft einfach auf A. Das ist krass. Und da ist direkt das 1 zu 2. Und er hat auch Leo. Okay, ich hätte den Gritty bei ihm jetzt auch gerne gesehen. Oh. Junge, dieser Ronaldo. Ich sage euch ehrlich. Er hat nicht mehr die besten Stats. Aber dieser Trey, dieser Playstyle. Er ist so OP. Du musst nur mit ihm schießen. Und wenn der Schuss dann durchkommt. Der ist aus, keine Ahnung, 5 Schüssen mindestens 3 mal drin, sage ich. Schönes Ding. Leo zum 4 zu 1. Vielleicht erstmal die Vorentscheidung. Oh, was war das denn? Komplett hops genommen. Also das erste Spiel geht auf jeden Fall auf unser Konto. Damit ist Spiel Nummer 1 zu Ende. Und wir gewinnen mit 5 zu 1. Sehr, sehr nice. Genauso kann es gerne weitergehen. Wir gehen rein. Spiel Nummer 2. Was kommt auf uns zu? Walker ist krass. Leo ist auch stark. Habe ich auch. Ja, ist ein solides, starkes Team. Ohne Spaß. Freunde, wenn ihr noch dieses Founders Trikot drin habt, macht das bitte raus. Ihr seid der größte NPC da durch. Sag ich mit meinem EAFC Wappen da oben drin. Das müssen wir auch mal ändern. Dann, vamos. Cristiano. Ronaldo. Auf Iota. Der mit einem feinen Trick. Ai, ai, ai. Der kommt gut. Da ist er. Das nächste Ding. Chiesa, Außenriss und 1-0. Es ist einfach damit. Iota. Ey, macht er super. Bisschen Lucky. Nehme ich mit. 2-0 wichtig. Der Gegner ist nämlich schon deutlich verölter als der erste. Ja, das sieht gut aus. Chiesa. Ne, das ist ja Ressus, den ich gerade eingewechselt habe. 3-0. Und das ist der nächste Rage Quit. Let's go. Wir stehen 2-0. Kann gerne so weitergehen. Und das ist der nächste Gegner. Wieder Pope. Der scheint Meta zu sein. Enzo Fernandes. Ferran Torres. Joa. Solides Team. Aber habe ich schon gegen bessere gezockt. Aber ja, das Team ist ja auch nicht immer entscheidend. Schauen wir mal. Oh, Ronaldo hat wieder Platz. Powershot. Tor. Es ist krass. Es ist wirklich heftig. Oh. Das ist bitter. Der Ball fällt mir direkt vor die Füße. 2-0. Ich nehme es gerne mit. Also ich muss schon sagen, jetzt drittes Spiel Weekend League Quali. Es wird wirklich von Spiel zu Spiel verölter. Aber es geht noch klar. Es geht noch klar. Es geht noch klar. Na, da habe ich mich absolut hops nehmen lassen. Joa, das ist ein Elfmeter. Und das ist natürlich ein Fall für Ronaldo. Der hat 98 Elfmeter. Das ist krass. Digga, ich habe nach rechts gezielt. Ja, dann halt so. Und damit ist auch Spiel Nummer 3 erledigt. Und wir stehen 3-0. Läuft. So, wir stehen 3-0. Läuft alles wie am Schnürchen, muss ich sagen. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Coins-technisch, wie gesagt, haben wir auch noch einiges im Petto. Also Richtung Weekend League können wir das Team vielleicht sogar noch mal verbessern. Also schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn euch irgendwas einfällt. So ein N'Golo Kante spielt ja beim gleichen Verein wie Jota. Gefällt mir auch nicht so schlecht der Inform von dem Mann. Ohne Spaß. Könnte man sich überlegen. Wir gehen rein in Spiel Nummer 4. Wir könnten theoretisch jetzt schon die Weekend League Quali fertig machen. Aber was ist das denn? Okay. Jetzt kracht es komplett. Würde mich schwer wundern, wäre der Typ jetzt nicht der größte E-Sport-Öler überhaupt. Zumindest der ein oder andere FC-Point ist da auf jeden Fall aufgeladen worden, Alter. Schauen wir mal. Wir lassen uns überraschen. Erstes heftiges gegnerisches Team. Oh, das ist schön gespielt. Ich weiß nicht, wie der Ball da durchkommt. Aber 1 zu 0. Gegner meldet die Pause an. Aber quittet nicht. Schade. Boah, ist das stark gespielt. Das ist stark gespielt. 2 zu 0. Vamos. Tschüss. Oh mein Gott. Was war das denn? Das tut mir wirklich leid. Das war absolut schlecht. Aber das ist ja nicht meine Schuld. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. 3 zu 0. Rage-Trad. Wir sind für die Weekend League qualifiziert. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Bonus-Packs. Wir brauchen mindestens 6 Siege für die Besseren. Wir machen weiter. Spiel Nummer 5. Okay. Let's go. Ich bin gespannt, was heute noch so auf uns zukommt an Teams. Das vorher war schon wirklich ehrenlos. Das sieht schon entspannter aus, aber trotzdem stark. Gibt es eigentlich was ehrenloseres als Ronaldo im Argentinien-Trikot? Ich glaube, fast nicht. Boah, Jota macht das überragend. Ohne Spaß. Ich liebe diese Jota-Karte. Ich kann es jedem wirklich empfehlen, falls ihr noch nicht die Winger Evolution gemacht habt. Der ist extrem schnell, extrem beweglich. 5-Star-Skills hat diesen Trickster-Playstyle, womit man hier so eine verquatschte Zeugs machen kann. Aber das ist auch teilweise sehr OP, muss ich sagen. Und das ist der Elfmeter zum 2-0. Es läuft Bombe. Und das ist automatisch auch eine rote Karte. Es gibt ja wirklich dieses Jahr für fast alles rot. Das ist krass. 2-0 Ronaldo. Oh mein Gott, was war das denn? 3-0. Es läuft einfach super, was soll ich sagen? Also durch die rote Karte ist beim Gegner halt gefühlt Game Over. Das ist echt böse. Und Jota zieht ihm komplett den Stecker. Das ist schön gespielt. Jota 5-0. Gegner hat keinen Bock zu quitten, aber ist okay. Da ist Ronaldo. Power-Schuss. Und 6-0. Dieser Ronaldo-Power-Schuss ist so geil, Mann. Das ist das 7-0. Und spätestens jetzt hat der Gegner auch gar keinen Bock mehr. Gegner auch mittlerweile mit zwei roten Karten. Also für den ist der Tag gelaufen. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn das Spiel zu Ende ist. Let's go. Am Ende wurde es ein knackiges 10-0. 5-0 und wir stehen 5-0 in der Weekend-League-Quali. Wir gehen damit rein in Spiel Nummer 6. Und für 6 Siege würden wir schon mal die besseren Packs bekommen. Also wird wichtig ab jetzt. Das Team sieht gar nicht gut aus. Aber ich sag euch, wie es ist. Das sind immer die besten Teams. Diese Serie A-Teams. Ich weiß ganz genau, dass unter euch auch viele Schlingel dabei sind, die die Serie A-Teams jedes Jahr rocken. Und das sind wirklich die MVPs. Ich sag euch, wie es ist. Diese Serie A-Dudes. Crazy, wirklich. Die sind immer so am Ölen, die Männer. Chiesa macht das super. 1-0. Es macht Bock. Ich weiß nicht, was los ist. Das Team ist so nice, Mann. Oh, Ronaldo macht das auch sehr, sehr stark. Und jetzt der Power-Shot. Ist das geil, wirklich. Und der Gegner quittet. So viel zu den Serie A-Teams. Ich hab's ja gleich gesagt. Das sind die größten Öler. Okay, ich stehe jetzt 6-0. Und ich finde keine Gegner mehr. Was ist das denn? So, nach längerem Suchen hat's jetzt geklappt mit einem Gegner. Deswegen erwarte ich jetzt auch wirklich das Schlimmste. Company-Lie. Ronaldinho-Lie. Das Team sieht eigentlich voll lost aus, so an sich. Aber sind schon gute Karten. Leao. 1-0. Der Gegner wirkt bis jetzt die ersten 5 Minuten übertrieben lost. Das sieht gut aus. Ronaldo. Äh, ich liebe diese Karte. Ich sag's euch ehrlich. War das Abseits? Es war kein Abseits. 3-0. Cristiano Ronaldo. Der Gegner meldet die Pause an. Und wir stehen nach 7 Spielen 7-0. Ich halt wirklich mit allem gerechnet, aber nicht, dass wir 7-0 stehen. Was geht hier ab? Es hat wieder sehr lange gedauert, bis wir einen Gegner gefunden haben. Also das Matchmaking muss jetzt ja schon daran angepasst sein, wie man steht. Schickes Team. Das sieht eklig aus. Kleine wendige Spieler. Das könnte schwierig werden. Oh, nee. Das war so eine richtig freudige Bude, Mann. Ja, das sieht gut aus. 1-1. Käse. Oh, oh. Oh, das kann nicht sein. Aber das ist das 2-2. Let's go. Also das wird jetzt hier ein schwieriges Game. Hä? Hä? Was war das? Das war so komisch irgendwie. Oh, let's go, Junge. Ronaldo mit dem 4-2. Und das ist ganz, ganz wichtig. Erstmal für die Führung. Na, das gibt's nicht. Und so schnell steht's 4-4. Das kann doch jetzt nicht sein, Mann. Let's go, Junge. Rafael Leao mit dem Critty, den ich nicht machen wollte. Let's go. Damit gewinne ich auch das 8. Spiel. Und stehe 8-0. Und damit haben wir noch bessere Rewards für später. Ich hab richtig Bock, Mann. Wir gehen rein. Spiel Nummer 9 gegen Fullbruch City hieß sein Team. Und das Team ist krass. Das Team ist krass. Junge, dieses Spiel hat schon wieder so kleine Mini-Rupp... Ah, ich hab mein Wasser umgeschüttet. Ich muss meinen Controller anstecken. Meine ganze Tastatur ist voll. Oh mein Gott, ich krieg die Krise. Digger, er ist gequittet bei 0-0, weil ich meine Tastatur abgewischt habe. Ich glaub das nicht, Mann. Das war's komplett, wirklich. Den hätten wir packen können. So, neue Runde, neues Glück. Die Tastatur ist mittlerweile wieder trocken. Mann, ich hätt gern gegen den vorher gespielt. Der hat ein bisschen lost gewirkt. Und dann quittet er einfach. Was ist das denn? Okay, das Team sieht auch stabil aus. Wir brauchen zwei Siege für Rang 1. Das wär so geil, Junge. Käser. Er macht ihn 1-0. Und das ist das 1-1. Wir hätten eigentlich schon drei Tore machen müssen. Das ist verrückt. Komm jetzt, Ronaldo. Wichtig. Endlich. Ja. Boah, was eine Rakete von Cristiano Ronaldo. Er ist doch der Beste. Ja, das sieht gut aus. 4-1. Wichtig. Und damit ist es vollbracht, Männer. Wir haben ein Entscheidungsspiel um 10 Siege in der ersten Weekend League-Quali. Was sehen meine Augen? Ich hätte es niemals gedacht. Das ist crazy. 10-0 wäre ein absolutes Brett. Aber selbst die neuen Siege sind schon so OP für die Rewards. Es wird krachen. Hoffentlich. Wir haben jetzt schon sicher ein 55k-Pack, 45k-Pack und zwei seltene Gold-Profi-Packs klein. Was auch schon sehr stabil ist. Aber wir wollen natürlich Rang 1. Und dafür geben wir alles. Der letzte Gegner ist gefunden. Wir stehen 9-0. Und spielen gegen FC Cannelloni. Bitte, mein Bester. Bitte. Gönnen wir einfach den Sieg. Radecki im Kasten. Waran. Puh. Da sind ein paar knackige Karten drin. Aber es ist kein Nonplusultra-Monte-Tisi-Team. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr lasst uns überraschen, Freunde. Ich gebe alles. Ronaldo. Oh mein Gott. Den muss er machen. Jetzt. Let's go. Radecki lässt ihn rein. Wichtig. Let's go. Leao. 2-0. Nach nicht mal 6 Minuten. Er macht wieder den Critty. Ich hasse es. Guckt euch diese Halbzeit-Statistik an. Aber es würde mir so gut tun, noch ein drittes zu haben. Der Typ hat so verdient zu verlieren für diese Anstoß-Bugs. Ein EAFC, Bruder. FIFA 23 war schon ehrenlos. Aber wenn man es jetzt immer noch macht. Nee. Ha. Jawohl. Was ne Kiste. Ist das lächerlich. Dieses Spiel macht mich so fertig. Aber das muss es sein. Quitte einfach, Mann. Da ist der Quitt. Wir holen das 10-0 in der ersten Weekend-Liequalie im EFC 24. Ich liebe alles daran. Ist das geil, Junge. Ist das geil, Mann. Let's go, Freunde. Wir gehen rein. Dafür bekommen wir so nice Rewards. Hoffe ich zumindest. Also selbst wenn wir jetzt gar nichts ziehen, wir werden auf jeden Fall Coins machen. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht, dass wir 10-0 geholt haben. Was zur... Also wirklich. Jetzt habe ich Bock auf die Weekend-League. Es wird krass. Wir gehen rein. Wir bekommen ein 100k, ein 50k und ein 35k-Pack. Ist das geil, Mann. Wirklich. Ich bin sprachlos. Weltklasse. Mit Cristiano Ronaldo. Aha. Wir haben noch ein paar Sachen zu verräumen. Es kam jetzt um 19 Uhr noch das 83-Plus-Upgrade. Ich würde sagen, das mache ich einfach schnell. Ich habe gerade noch kurz überlegt, ob ich vielleicht den Kudos mitnehmen soll, weil es eine nice Karte ist. Aber er ist halt nicht so einfach einzubauen. Und ja, wir haben extrem viel Futter, aber ich will das mir trotzdem noch ein bisschen warm halten. Es wird mit Sicherheit bald schon wieder losgehen mit Icon-Packs, alles drum und dran. Und da will ich da natürlich direkt die Dinge abschließen. Und deswegen knallen wir jetzt hier die Duplikate ins 83-Plus-Pack. Weltklasse. Ich bin glücklich und zufrieden. 83-Plus-Pack. Und damit gehen wir rein in die Packs. Mama Mia. Das wird ein geiles Jahr, Freunde. Das wird ein geiles Jahr. Es wird wieder ehrenlos das komplette Jahr reingeschwitzt. Und hoffentlich werden wir richtig geilen Stuff dieses Jahr ziehen und ein richtig nices Team aufbauen. Und dann, wie letztes Jahr in FIFA 23, das bestmögliche IFC-24-Team aufbauen. Und das ist ein Inform. Keine Ahnung, wer im Team of the Week ist. Ähm, es ist David Neres. Ist auch ein sehr nicer Sub. Ohne Spaß, Mann. Hat er noch die Five-Star-Skills von früher? Das ist eine geile Karte. Five-Star-Skills. Mega nice. Explosiv. Hat er irgendwelche Playstyles. Er hat auch Trickster. Er hat auch das Ding, wo wir alle wissen, das ist OP. Dann hat er sogar das hier. Ey, das ist echt ein sehr stabiler Sub. Ohne Spaß. Übel nice. Wie viel kostet der? 30k? Übel gut. Wir hätten auch Kudos machen können. Stattdessen haben wir jetzt David Neres als Sub. Finde ich nice. Wir gehen rein. 35, 50 und 100 K-Pack. Vamos. Alles tradable. Das war kein Walkout, oder? Bayern. Ist das Müller? Oder ist das Musiala? Müller. Okay. Ja, so sehr... Ja, so solide. Ich will aus dem 50 und 100 K-Pack was sehen, sonst habe ich eine Krawatte, wirklich. Wir packen alles auf die Transfer. Fairliste. Wir versuchen alles zu Coins zu machen. Ich glaube... Ja, ich weiß gar nicht. Ja, ein paar Verträge schaden nicht. Füllen wir alles dem Verein hinzu. Wappen und so weiter. Weg damit. Die versuchen wir auch zu Coins zu machen. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Dann gehen wir rein in... Ah, eins muss ich auch noch machen. Vorschau-Pack. Und wenn ich jetzt Quadiole ziehe, dann weiß ich, der ist was wert. Hä? War das ein Walkout? Das sah irgendwie weird aus. Ne. Das auf jeden Fall heute nix. Freunde, vergesst nie eure Vorschau-Packs. Da kann immer mal was dabei sein. Dann gehen wir jetzt hier rein in ein 50 und 100 K-Pack tradable. Bitte. Das ist kein Walkout. Frankreich, Stürmer, bitte Kodomuani. La Cassette, ne? Oh nein. La Cassette. Es wird der Bruch. Es wird der Bruch. Was ist dahinter? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das geht nach hinten los. Bitte, Junge. Bitte. Wir machen weiter. 100 K-Pack zum Abschluss der Folge. Ich kann da nicht hinschauen, wenn das kein Walkout ist, ne? Ich kann da nicht hinschauen. Ich kann nicht hinschauen. Ja. Oh mein Gott. Was ist das? Oh nein. Der ist übel-Trash. Oh nein. Oh mein Gott. Es ist auch kein Walkout dahinter. Ist das schlecht, Mann? Vielleicht irgendwelche 85er-Karten, die noch ein bisschen Münzen einbringen. Irgendwas muss da doch dahinter sein jetzt. Wir gehen rein. Ich kann das nicht. Ach du Heiliger. Ich fühle mich so hops genommen. Wir haben... Ne. Das ist so schlecht. Oh mein Gott. Es tut so weh, Freunde. Es tut so weh. Wir haben einen Dingsbums gezogen. Aber der kostet, glaube ich, Abstoß, ne? Ja. 12.000, 13.000 Münzen. Schade. Da war deutlich mehr drin. Wir werden trotzdem unsere Coins machen. Gar keine Frage. Aber da habe ich mir gerade wirklich deutlich mehr erhofft. Trotzdem eine sehr geile Folge gewesen. Ich hoffe für euch auch. Wenn ja, lasst ein Like da. Lasst ein Abo. Oder checkt auf jeden Fall noch das Video hier ab. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht euch noch gut. Haut rein. Und ciao.